Wir suchen unsere Getränke nicht passend zum Essen aus. Unser Essen ist dafür gemacht, dass es zu unserem Bier passt. Zum Beispiel Utopenetz, ertrunkene Wurst. Ein legendärer Biersnack. Das Rezept ist der Stolz jeder tschechischen Kneipe. Und das Beste ist, dass ihr salziger, säuerlicher Geschmack perfekt zu einem frisch gezapften Budva passt.